Ich bin im Hier und Jetzt. Ich bin beweglich, auch gegenüber Situationen in meinem Leben. Ich bin einzigartig. Ich bin mir meiner eigenen Kräfte bewusst und ich weiß, wie ich am besten mein Leben meistere. Ich bin dankbar, dass ich mich auf meinen gesunden Blutdruck verlassen kann, der alle Funktionen meines Körpers unterstützt und aufrecht erhält. Ich bin mir gegenüber tolerant. Ich bin dankbar für die vollkommene Funktionstüchtigkeit meiner Blutgefäße, für die optimale Blutzirkulation, für die wunderbare Nährstoffversorgung und Sauerstoffversorgung, die zu meinem gesunden Blutdruck beitragen. Ich bin bereit, die Vergangenheit ruhen zu lassen und ganz im Jetzt zu sein, eins mit der Einheit. Ich bin vollkommen gesund und vital, was mir hilft, jederzeit einen gesunden und kräftigen Rücken zu haben. Ich bin ganz, vollständig und im Einklang mit dem Universum. Ich bin entspannt und gelassen und erreiche die Ziele, die ich mir gesteckt habe. Ich bin entspannt und gelassen und erreiche die Ziele, die ich mir gesteckt habe. Ich bin ganz genau, wahrscheinlich bin ich. Ich bin ganz, vollständig und runtergefallen. Wir gehen jetzt zurück. Vielen Dank.